Wir begrüßen unsere Zuschauer zu dieser neuen Regelkunde-DVD für die Spielarten 8 Ball und 10 Ball. Wir sind Thomas Oberbeck, Vizepräsident und Sportdirektor der World Pool Bullet Association WPA und Andreas Huber, Bundestrainer der Deutschen Bildert Union DBO. Zwei Kugeln werden auf der Kopflinie hingelegt. Sie müssen an die Fußbande gespielt werden und der Spieler, der die Spielkugel als nächstes an die Kopfbande zurückbekommt, hat das Ausstoßen gewonnen. Das heißt, das erste Anstoßrecht. Kopfbande mehr als einmal berühre, wenn ich eine Seitenbande berühre, wenn die Spielkugel von mir die Mittellinie überquert oder in irgendeine der Taschen fällt. Das sind alles Gründe, die das Ausstoßen für mich sofort als verloren gelten lassen würden. Das ist auch Omas unter Oma bekannt. Hilfsküls sind, man darf also maximal zwei Hilfsküls benutzen. Das ist der sogenannte Schwanenhals, der dadurch dann auch ersetzt werden kann, wo wenn ich über eine Spielkugel kommen muss, man muss mit dem Hilfsküls hochkommen, das kann ich dadurch auch nochmal erhöhen. Wichtig ist auch das falsche Positionieren der Weißen bzw. das unkorrekte Spiel aus dem Kopffeld. Es gibt ja auch die Lageverbesserung aus dem Kopffeld. Da muss die Weiße im Kopffeld positioniert sein. Aufpassen, die Kopflinie gehört nicht zum Kopffeld. Das heißt, die Weiße, die mit ihrem Mittelpunkt auf der Kopflinie liegt, liegt außerhalb des Kopffeldes. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, die Farbige, die mit ihrem Mittelpunkt auf der Kopflinie liegt, die liegt außerhalb auch. Das heißt, sie ist anspielbar aus dem Kopffeld. Wenn man Lageverbesserung aus dem Kopffeld hat und alle anzuspielenden Kugeln sich im Kopffeld befinden, wird die Kugel auf dem Fußpunkt aufgesetzt, die sich am nächsten an der Kopflinie befindet. Liegen mehrere Kugeln gleich nah an der Kopflinie, kann sich das Spiel einer aussuchen. Also ich denke, Spieler, die sehr lange spielen, kennen es noch von ganz früher, das berühmte Doppel-Lageverbesserung. Ja, genau. Wenn man den Ball nach vorne bringt.